Pünktlich am 6. Dezember um 16 Uhr landete der Nikolaus und seine Gehilfin das Engelchen mit seinen Schlitten auf dem Dach des Modemarktes am Marktplatz in Höchstern. Dank der Feuerwehr Höchstern wurden anschließend die beiden wohlbehalten im Transportkorb der Drehleiter des Feuerwehrfahrzeuges zu ihrem Einsatzort gebrachen, wo sich nun unzählige brave Kinder beschenken. Ich freue mich, dass ihr alle zu zahlreich erschienen seid! Wart ihr alle wahr? Ja! Dann kannst du ja losgehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017